hallo herzlich willkommen zu koch dich türkisch heute machen wir michael wasser dazu brauchen wir wasser so milch süd zucker schecker gris am besten feinen und pinien kerne also fristik nicht zu vergessen butter terea jetzt geht's los wir nehmen eine pfanne und schütten da erstmal die milch rein dann kommt das wasser dazu und den kompletten zucker das wird jetzt gleich alles auf dem herd aufgekocht und dann schnell in den kühlschrank stellen und abkühlen lassen hier sind wir schon mit dem gris gleich beschäftigt butter in die pfanne geben und warten bis die butter geschmolzen ist kräftig rühren dazu müssen wir vielleicht sagen dass michael wasser eine kleine kalorienbombe ist wie man hier sieht jetzt kommt der gris dazu und der wird erstmal mit der butter kräftig verrührt immer schön am herz stehen und kräftig rühren sonst brennt der gris schnell an mit der zeit verändert sich auch die konsistenz wie wir gleich sehen hier jetzt beginnt nämlich der gris aufzugehen hier sieht man das so muss das auch sein jetzt kommen die pinien kerne dazu das wird auch alles schön verrührt und wenn die pinien kerne etwas angerüstet sind und der gris eine dunklere farbe hat dann haben wir das richtig gemacht hier sieht man noch mal die butter das kann einige minuten dauern aber immer schön weiter rühren so jetzt wird das alles etwas dunkler wie man sieht es riecht sehr lecker und hat auch eine schöne farbe die pinien kerne werden jetzt auch etwas dunkler und die masse wird etwas fester bekommt so eine goldgelbe farbe das hängt natürlich mit der butter und der farbe des gris zusammen so hier noch mal umrühren und jetzt kommt unsere milch wasser zucker füllung dazu die haben wir aufgekocht und abkühlen lassen das ist wichtig es darf nicht warm sein es muss abgekühlt sein geben wir in die pfanne dazu und rühren jetzt weiter hier wird das wieder dickflüssiger geht auch ein bisschen auf wegen der butter und eigentlich sind wir fast schon fertig gleich ist es soweit noch mal kräftig weiter rühren jetzt wirkt das alles schon etwas dunkler und so sieht das dann aus wenn ihr michael wasser fast fertig ist so so muss das aussehen in den kühlschrank stellen abkühlen lassen und wir wünschen euch guten appetit affet osun